Heute dünnes Eis, Thema ist ein heißes Eisen, da ist es schwierig, Witze so wie Mais zu reißen, deshalb einen vorne weg vom Thema, weit weg. Was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Jetzt zum enzter Lage, es geht um die Macht der Sprache, denn im Landtag stellt sich grad die Rassenfrage. Soll das Wort Rasse raus aus dem Verfassungstext, schließlich impliziert es, dass der Mensch in vielen Rassen wächst? Bullshit. Die Wissenschaftler sind in Harmonie, es ist klar für sie. Menschenrassen gibt es nicht und gab es nie, doch Sprache ist die Kleidung der Gedanken, bisschen Klassenbester. Rasse führt zu Rassenkampf, Rassenhass und Rassenhetzer. Wir wissen's besser, ein paar Jahre später, denn die Sprache der Väter war auch die Sprache der Täter. Am Anfang war das Wort und nun sag, was ist dein? Rasse raus oder rein? Rasse ja oder nein? Politik ist nicht cool, sie ist hitzig. Politik ist so wichtig für witzig. Politik ist am Schluss wie roter Wein. Politik ist nicht cool und das muss sie auch nicht sein. Politik ist nicht cool, sie ist hitzig. Politik, die machst du, wenn du mitnimmst. Politik muss brunzern wie ein Prada-Hemd. Politik vom Bolzstein bis ins Parlament.